Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich euch die Quest Lohn des Siegers anzunehmen bei Altruis der Leidende in die Teufelshammer auf der Ebene Kommandozentrale Oberstockwerk. Hier sieht man auch die Koordinaten. Ich nehme die Quest gleich mal an. Nun darf ich hier mit Schlachtenfürst Gavdun quatschen. Klicke ihn mit der rechten Maustaste an und dann klicke ich mit der linken Maustaste diese Sprechblase an. Nun darf ich ihm folgen. Rückte Verstärkung der Legion an und zerstörte das Portal hinter euch. Es war eine glorreiche Schlacht. Dabei entdeckten wir eine uralte Schmiede der Mavresin, in der einige der mächtigsten Waffen der Legion hergestellt wurden. So, damit ist die Quest fertig. Darf dann bei Schlachtenfürst Gavdun abgeben in die Teufelshammer. Auf der Ebene Kommandozentrale unter das Stockwerk. Hier sieht man auch die Koordinaten und so allgemein auf der Kftd-Position. Hoffe ich konnte euch helfen. Tschau.